ja hallo auf jagdabsehen.de wir haben ein kleines video zum thema kopfhörer supreme pro x von sordin die frage lautet von unseren kunden wie klein kann man den denn zusammenlegen naja erstmal wie groß kriegt man den auseinander also man kann ja hier oben im bügel sind die rasterungen drin das heißt man kann ja auch für den großen kopf das gerätchen einstellen und natürlich diese auch wieder im bügel verschwinden lassen und jetzt kommt es nämlich man kann ihn auch zusammenfalten also man kann diese bohrmuscheln total verdrehen wie man möchte und hat damit dann eine größtmögliche kompressionsrate also man kriegt er richtig weit zusammengebaut und ja für rucksäcke für seiten taschen und so weiter kann man den sehr schön transportieren und mit zwei griffen zack ist er wieder auseinander und wieder im einsatzbereiten zustand in diesem sinne tschüss das war's euer harry